Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man mit dem RAFI C14 Bildschirmtext Terminal Seiten bearbeiten kann. Zur Bearbeitung von Seiten benötigt man die Editiertastatur, die mir dankenswerterweise vom Bildschirmtext Museum zur Verfügung gestellt wurde. Die Editiertastatur hat einen alphanumerischen Tastenblock, einen Cursor-Tastenblock, einen 10er-Tastaturblock und jede Menge Funktionstasten, mit denen man die einzelnen Funktionen, die im CEPT-Standard vorhanden sind, abrufen kann. Zunächst möchte ich euch die Standardattribute zeigen, mit denen man Bildschirmtextseiten gestalten kann. Ich kann Text eingeben und eben auch meinen Cursor hin und her bewegen, wie man das von einem Texteditor vielleicht erwarten würde. Diese Funktionen sind alle lokal im C14 und ich habe jetzt keine Verbindung zu irgendeinem Rechner, der irgendetwas macht. Ich arbeite in der Leitseite also nur im Terminal. Die erste Funktion, die ich euch zeigen kann, sind Farben. Also ich kann sagen, dieser Text soll jetzt bitte rot sein und ich kann die Farbe auch innerhalb des Textes ändern, sodass das hier alles auch bunt gestaltet ist. Ich kann auch den Hintergrund meiner Zeile in der Farbe ändern, indem ich sage Reihe und zum Beispiel Grün, dann ist der Hintergrund grün, gefällt mir jetzt nicht so gut. Tja, machen wir es dafür, rot oder lieber blau. Ich kann auch die Gesamtfarbe des Bildschirms ändern, also ich kann sagen Schirm und dann Grün und jetzt ist mein ganzer Bildschirm grün. Dann muss ich die Reihe allerdings nochmal neu einschärfen. Es ist möglich, Zeichen in doppelter Breite, in doppelter Höhe und auch vierfacher Größe darzustellen. Doppelte Breite wird ausgewählt über db, doppelte Breite, doppelte Höhe über dh und vierfache Größe. Hier steht doppelte Größe, das wäre dann vierfache Größe. Es gibt auf der Tastatur fünf Tasten für verschiedene Blinkfunktionen und ich kann nicht von mir behaupten, dass ich die Funktion aller Tasten schon durchschaut habe. Aber was ich weiß, ist, dass man auch in drei Phasen blinken kann. Also ich kann sagen, hier soll es jetzt mal in Phase 1 blinken und dann drücke ich jetzt hier Phase 2 blinken und dann drücke ich hier Phase 3 blinken. Und ihr seht, es blinkt jetzt in drei Phasen. Warum man so viele verschiedene Blinkfunktionen braucht, ist mir nicht klar. Aber dieses Blinken ist nicht etwa eine Marotte von irgendeinem Ingenieur bei Rafi gewesen, sondern das ist Teil des CEPT Standards. Und wenn man eine Postzulassung für seinen BTX-Decoder haben wollte, musste man das natürlich auch implementieren. Ich hatte euch ja schon gezeigt, dass man Buchstaben in unterschiedlichen Farben haben kann. Also ich sehe jetzt mal alle vorhandenen Farben. Es gibt aber auch noch unterschiedliche Paletten, die man über die Paletten-Taste hier ausfinden kann. Ich gehe jetzt mal auf Palette 2 und färbe jetzt mal meine Buchstaben mit den Farben der Palette 2 ein. Und ihr seht, die Palette 2 hat die gleichen Farbtöne, aber in einer geringeren Helligkeit. Es gibt auch noch die Palette 3 und Palette 4, die benutzerdefiniert sind. Da kann man Farbtöne frei auswählen. Dafür gibt es einen Paletten-Editor, den ich auch gleich noch zeige. Weiterhin unterstützt DECT unterschiedliche Zeichensätze. Neben den alphanumerischen Zeichen, die wir gerade schon gesehen haben, gibt es Grafikzeichensätze, Grafik 1, 2 und 3 und einen benutzerdefinierbaren Zeichensatz, der CS, mit dem man Logos und dergleichen im Terminal anzeigen kann. Ich zeige euch kurz mal die Grafikzeichensätze. Das ist der Grafikzeichensatz 1, dann 2 und 3. Und ihr seht, die Zeichen, die ich eingegeben habe, 1 bis 0, entsprechen den Zeichen, die hier oben auf der Tastatur auch dargestellt sind. Zur Bearbeitung der benutzerdefinierbaren Paletten 3 und 4 hat das Wafi C14 einen eingebauten Farbeditor, den ich über die Farbedit-Taste aufrufen kann. Und hier kann ich jetzt mit den Pfeiltasten rechts und links eine der definierbaren Farben auswählen und dann mit R, G und B die Kanäle auswählen und dann über Plus und Minus die Helligkeit für den entsprechenden Kanal definieren. Also ich kann jetzt zum Beispiel mal sagen, R soll bitte 6 sein und dann G bitte auch auf 6 und B auch auf 15 und dann haben wir auf der Palette 4 die Farbe 1 in einem helleren Blauton. Wenn ich jetzt hier rausgehe aus dem Editor mit X, dann seht ihr, Palette 4, Farbe 1 ist ein heller Blauton. Zum Schluss zeige ich euch noch den DRCS-Editor, mit dem benutzerdefinierbare Zeichensätze bearbeitet werden können. Die Taste DRCS-Edit ruft den DRCS-Editor auf. Ich kann nun eins der Zeichen auswählen, das ich bearbeiten möchte. Ich werde mich jetzt für 0, 0 entscheiden. Das ist links oben in unserem Stern. Und wenn ich jetzt hier meinen Cursor irgendwo hin bewege, kann ich mit den Tasten 0 bis F eine der Farben auswählen aus der Palette, die für dieses Zeichen vorgesehen sind. Also 5, 6 zum Beispiel und 7, 8. Und wenn ich das jetzt mit X verlasse und speichere, dann seht ihr schon auf dem Bildschirm, dass die Sterne jetzt oben links alle einen kleinen Farbklicks haben. Ich mache das jetzt gleich mal wieder rückgängig. Also 0, 0, X und schon ist der Spuk vorbei. Hier endet meine kurze Tour durch die Bearbeitung von BTX-Seiten mit dem RAFI C14. Wenn euch das interessiert und ihr weitere Informationen haben wollt, könnt ihr gerne mit mir in Kontakt treten. Ihr findet die Kontaktdaten auf dem Bildschirm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.